Autofahrt. Für viele junge Menschen ist das der erste große Schritt in die Selbstständigkeit. Nicht mehr auf öffentliche Verkehrsmittel oder die Gunst der Eltern angewiesen zu sein. Ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Für manche Heranwachsende bleibt dies aber für immer ein Traum. Für 60 Schüler der Blindenstudienanstalt in Marburg wurde dieser Traum für einen Tag zur Wirklichkeit. Unter dem Motto Blinde Jugendliche geben Gas organisierte die Blister in Kooperation mit der Verkehrswacht Marburg-Biedenkopf ein Fahrtraining für blinde und stark sehbehinderte Menschen in der Hessenkaserne in Stadtallendorf. Unter Anleitung von erfahrenen Fahrlehrern erlebten die Blister-Schüler, wie es ist, selbst ein Auto zu steuern. Die Frage nach dem Sinn einer solchen Veranstaltung stellt sich nicht. Wenn die Kinder hier aussteigen, dann ist die Frage nach dem Sinn erst einmal vom Spaß her. Das macht ihnen einen unbeheuren Spaß und es ist eine vollkommen neue Erfahrung, die sie machen, die auch sehr viele Gleichaltrige machen und dient, dass sie da auch mitreden können. Dass sie auch sagen können, das haben sie auch mal gemacht und das ist einfach wahnsinnig toll. Aber natürlich, dass sie zusätzlich, dass sie auch genauso sind wie andere. Sie haben halt das schwerwiegende Pech, dass sie eine Sehbehinderung oder blind sind, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht gleiche Erfahrungen sammeln können und eigentlich ganz normale Jugendliche sind. Die für den öffentlichen Verkehr gesperrte Hessenkaserne eignet sich optimal für die Aktion. Auf dem großen Exerzierplatz können die Schüler nach belieben Kreise drehen und auch mal etwas kräftiger auf das Gaspedal treten. Und auf den Wegen zwischen den einzelnen Kompaniegebäuden ist Fahren wie im richtigen Straßenverkehr möglich. Mit Abbiegen, Blinker setzen und allem, was dazugehört. Vorne mal rechts hochfahren, wir biegen jetzt mal ab und dann mal den Blinker setzen. Dann weiß der andere, was wir vorhaben, wenn einer hinter uns fährt. Hinter dem Steuer sammeln die Blisterschüler ganz neue Erfahrungen und sie sind begeistert. Manchmal so vom Gefühl hat man schon ein bisschen Angst, weil man nicht alles sieht, so von den Seiten her. Wenn es zum Beispiel runter geht, dann sehe ich den Weg nicht erst genau, sondern erst kurz, wenn ich davor bin. Und auch an sich ist das schon cool, mal das machen zu können, auch als sehbehinderte Autofahren. Auch die Fahrlehrer haben Spaß an der Aktion und sind von ihren sehbehinderten Fahrschülern beeindruckt. Insofern ist das erstmal hier eine tolle Sache, da der See, der nicht so sieht, das vom Gefühl viel schneller umsetzen kann. Schalten und Blinker und diese Hebel, das finde ich also toll. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, wenn man die Motivation der Jugendlichen sieht. Die sind ja hellauf begeistert. Also die wollten ja gar nicht mehr aus dem Auto raus, noch dazu, jetzt ein Cabrio bei dem Sonnenschein. Also sie haben sich hervorragend angestellt. Wirklich, mit einem Gefühl. Nicht irgendwie verkrampft oder ängstlich, sondern ganz locker, waren richtig mit Freude an der ganzen Sache dran. Das Einfüllungsvermögen ist bei Nichtssehenden wesentlich besser. Sie lassen sich auch leichter dirigieren. Also wenn ich eingreife, spüre ich keinen Widerstand im Lenkrad, den sie mir entgegensetzen, sondern sie gehen mit. Ganz feinfühlig gehen sie mit. Um selbst einmal das Gefühl einer blinden Autofahrt zu erleben und mitreden zu können, traut sich OP-Redakteur Michael Rinde selbst hinter das Lenkrad. Natürlich mit Augenbinde. Anders als die Blister-Schüler hat Michael bereits nach wenigen Metern die Orientierung verloren. Der Bordstein kommt gefährlich nahe. Michael weiß nicht mehr, wo rechts und links ist, geschweige denn, wann das Auto geradeaus fährt. Für Sehende bringt eine Blindfahrt ein schlimmes Gefühl mit sich. Ich habe mich schlimm gefühlt. Ich habe Angst gehabt und ich war unsicher. Zumindest die ersten Meter. Die Angst ging später weg, nachdem ich ein bisschen Vertrauen in mich selbst wieder zurückgewonnen habe. Ich fahre jetzt seit Jahrzehnten ein Auto, habe aber mir so etwas nie vorstellen können. Es war der Blindflug im wahrsten Sinne des Wortes. Trotz einem Fahrlehrer neben sich war das Gefühl die ganze Zeit dasselbe. Es war nicht gut. Für die Blister-Schüler war die Aktion ein Erfolgserlebnis der besonderen Art. Für Michael hingegen eine Erfahrung, auf die er gerne verzichtet.